so liebe leute es wird nochmal zeit für den kurzen prozess zum letzten mal liebe leute und es geht los mit mario und oh jetzt schon den bolter gekocht und wieder jawoll genau rein in den drecksack so und jawoll wieder jawoll ein treffer dann haben wir es geschafft ja komm schon jawoll so haben wir kurz im fix gemacht mit bowser spielzeit spielerlevel erhöht tool saison gesamtfunkzahl gewonnene rennen abgeschlossene missionen wir finden mit lieblings fahrer daisy als matrosin ja die leute und damit haben wir diese tour abgeschlossen es hat sehr viel spaß gemacht es war auch anstrengend jeden tag videos zu machen aber es hat wirklich sehr großen spaß gemacht ja dann würde ich sagen war es das mit der ozeantour dankeschön fürs zusehen und wir sehen uns bei der nächsten tour wieder der eiscreme tour und diese beginnt morgen also bis denn bis dann bis dann bis dann